Ah! Ah! Boing! Weißt du was? Ich geh mal auf den Weg. Ich wollte gerade auf die andere Seite gehen. Aber hier ist das Mikrofon, weil da muss ich eigentlich bleiben. Uah! So! Ha! Im Panzer! Hey! Ja! Guck mal auf ihr linkes Auge. Oh, ihr re... Ja. Stross konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schulter von. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich seh mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen was ich von hier aus tun kann. Ja. Überleben, bitte. So Mäuslein, viel Spaß beim Klettern. Glück auf, dass du es doch noch schaffst. Genau. Weil die sind doch sehr positiv. Ja, sie ist mir auch sehr sympathisch geworden. Ja. Klick mal. Blaseball. Blaseball. Blaseball? Ach. Na sch... Guck mal. Zum Beispiel. Das ist mein Schaffstum. Das ist mein Schaffstum. Das ist mein Schaffstum. Ich hab getroffen. Ja, ich übertreibts. Muss du da überhaupt lang? Das ist mein Schaffstum. Das ist mein Schaffstum. Hm. Na stimmt. Ach, da ist wahrscheinlich auch das Teil. Das ist mein Schaffstum. Hm. So. Was kommt jetzt mit hier rein? So Mäuschen. Gute Reise. Hey, was haben Sie gemacht? Ich hab gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hat einen Kurzschluss. Ich brauche einen Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich seh mich mal oben. Viel Glück da oben. So. Ähm. Nicht jetzt. Okay. Hä? Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Guck an, äh. Doch. Mal hier. Schuss. Genau. Dann nehmen Sie mir wieder voll in die Aufnahme rein. Sonst kann ich natürlich voll leiden. Tja. Hä? Was haben wir denn da oben? Da oben, da haben wir einfach nur so einen Kisten. Jut. Kisten sind immer hier. Vor allem Cramps. Baba. Oh yeah. Dann gehst du noch rüber. Viel Spaß. Weißt du Trennung? Nein. Hallöchen. Oh, was kommen wir mal? Oh ja. Oh, was kommen wir mal? Oh ja. Ist das aufgerallt? Ja, das musst du einfach weg. Ich habe gerade das System kurz geschlossen, sodass die Nerftasten umgangen werden. So, jetzt müssen wir doch eigentlich alles haben. Lock doch nochmal auf den Kerl an den Fall. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich finde das nicht nett. Begrüßungskomitee finde ich ja okay, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Zumindest nicht damit. Nein. Ah! Was ist das? Was ist das? Kann, äh, zieh das doch zu dir. Ah! Oh! Das ist'n geil! Das sind 25.000. 25.000! Oh, geil! Ui! Nein, nein, nein! Einfach da rein. Die Platine da ist irgendwie so. Ähm. Und hackern. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint's zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verbraten. Was? Ich hab's hier nicht verstanden. Äh, nichts! Nichts! Ich hab' ne ganz kleine Parorie. Das ist jetzt hier gleich abgeht. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit die draufklettern können. Was? 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 Ja ja! Ja ja! Ich guckee mich gefragt! Ja ja! Okay, ich hab's geschafft. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Waaai! 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 Boah! Ich bin der Dörre, ich fühl mich auf sich herum. Ich bin der Dörre. Ich bin der Dörre, ich bin der Dörre. Waaaiiyah! Waaaiiyah! Let's go! Wir hauen uns gerade den Schlamppel. Boah. In den Mieten wimmelte von den Tieter. Nein. Super. Geht's nicht. Geht's nicht. Wenn hier unten schon so viele sind, wie viele werden dann erst über uns sein? Das wollen wir gar nicht wissen. Viel zu viele. Viel zu viele. Boah. Boah. Schädig. Du bist einfach. Aber noch nicht her. Noch nicht her. Ja, ja. Was ein geiler Ohrbach. Moment, lag noch vier mehr von dem Zeug. Sorry. Das ist kein Problem, Mann. Okay. Oh, mein Gott. Sehr geil, sehr geil. Das ist nicht schief. Ja. Ja. Wow. Und ab geht es. Sie sehen uns noch mehr. Ich gehe, ich höre sie doch. Ich höre sie doch. Der Alex. Jawohl. Tschüss, Mann. Ich wollte keine Stimme da weiter haben. Hallo! Sag mal, der Träber ist drüber alt. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Boah! Die Träber, okay. Ach, das ist richtig. Das Ganze mit der Nummer spielen, ey. Das ist ein Boatskerl. Ja. Wie viele Farben denn? Das ist echt eklig. Das ist echt eklig. Ein wenig so. Ah, da vorne ist das. Also, wenn wir es mal so sagen, Leute. Ich glaube, ich spreche auch um die Internamen, wenn ich sage, Rippert links sind die sehr empfehlenswert. Oh ja. Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ja. Ja. Warum ist es denn jetzt schwarz? Hä? Hä? Äh? 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 Nein. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet und ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. So Leute, ich werde jetzt mal ganz dinge für den Speichernpunkt. Speichern. Kapitel 13. Ja. Das ist doch da. Ist das nicht da? Ist das nicht da? Da ist ein Speicherpunkt. Ich will auch mal schnell weg von dem Ebenen. Genau. Nein, hinter dem Speicherpunkt. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist der kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich? Wir werden lebendig herauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährden. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt ein Systemcheck. So schaut's aus, hier. Vertrau Ihnen noch nicht. Ja, wir haben Kapitel 12 nicht einmal speichern können. Boah, krass. Kapitel 12 haben wir einfach mal so weiter gemacht und wir legen einfach einen weiter drauf hier. Nix ist mit Amnesia. Amnesia haben wir nichts mehr. Wir haben genügend Amnesia. Das ist eine Maps. So große sie. Unglaublich nicht. Wo es nicht sind. Ja. Aber okay. Nein. Egal. Spiel wir. Dad. Space. Ja. Ja. Höchst. 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 So. Höchst. Höchst. So war es von eindeutig klar. Ja. Höchst. 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 Hauptantrieb ein. Höchst. 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 Isak. Wer machen wir da? Hey Isaac, was du das?